ARD Text im Auftrag von Funk 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 Tja, da sieht man mal, dass die Glitcherei nicht immer so gut ist. Wenn der Level 42er und der Level 11er im Team Knuckles haben, als 127 Glitcher. Ja, René, sei stolz drauf, wo du in allen Spielen der Schlechteste bist. Bist du wieder runterballern mit den Autos? L1 mit dreißes Nachladen. Jawohl! Bist du tot? Ja, dreieckes Nachladen.